Zum Glück sind wir fertig geworden seit dem gestrigen Abend, denn das kann ich vielleicht auch noch anmerken, Norbert Hofer konnte sich endlich wieder rasieren und seine Mutter findet ihn wieder ansehnlicher. Also so gesehen war das auch ein wichtiger Moment, man stelle sich vor, wir hätten da ins neue Jahr noch hineinverhandelt, der hätte am Ende ausgeschaut, wie der Rübe zahlen. Also das wollten wir ihm auch nicht antun und so gesehen haben wir da zügig, auch im Sinne einer guten Qualität, das zum Glück auch geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017